Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es in der Wärmelehre um das Thema Thermometer. Thermometer. Ein Thermometer ist ein Gerät, mit dem man die Temperatur messen kann. Klar, analoge Thermometer basieren auf Ausdehnung von Flüssigkeiten bei verschiedenen Temperaturen. Früher hat man Quecksilber verwendet. Das ist allerdings giftig. Heute verwendet man meistens gefärbten Alkohol. Das seht ihr hier und vor allen Dingen auch hier im Original. Das Rote ist in der Regel rot gefärbter Alkohol. Thermometer kann man mit Hilfe von Fixpunkten, nämlich der Siedetemperatur und dem Gefrierpunkt, skalieren. Zwei dazu habe ich mitgebracht. Der Gefrierpunkt von Wasser, der ist 0 Grad. Ich glaube, das wissen alle. Und die Siedetemperatur, also das Kochen von Wasser, beginnt bei 100 Grad. Beim Alkohol ist es etwas anders. Alkohol gefriert bei minus 114,1 Grad und verdampft schon bei 78,37 Grad. Und deswegen eignet sich Alkohol auch viel besser für Thermometer als Wasser. Würde es nämlich draußen frieren, also die Temperatur unter 0 Grad sein, dann würde jedes Mal das Thermometer kaputt gehen, wenn man es mit Wasser gefüllt hätte. Bei Alkohol passiert das nicht, weil dann müssten wir es erst mal minus 114,2 Grad haben. Haben wir aber nicht und deswegen funktioniert das mit Alkohol ganz gut. So, ihr seht es gerade, unter meiner Lampe haben wir es gerade 29 Grad. Und hier in meiner kleinen Sachzeichnung haben wir es 20 Grad. Was muss man wissen? Häufig wird bei Sachunterrichtsarbeiten, aber auch bei Chemiearbeiten abgefragt, hey, kannst du das Ganze beschriften? Klar können wir das. Das hier oben, das ist der Hinweis auf die Maßeinheit. Das seht ihr hier und im Original seht ihr es da oben. Gemessen wird in Grad Celsius. Hört sich für uns normal an, ist es aber gar nicht. Die andere Hälfte der Welt wird in Fahrenheit messen. Dazu erzähle ich euch in einem anderen Video mehr. So, was muss man noch wissen? Das da drin, das ist ein Glasröhrchen und in dem Glasröhrchen ist Flüssigkeit. Meistens, wie gesagt, Alkohol. Dann in der Mitte der Skala findet ihr ganz häufig den Gefrierpunkt. Der ist hier und im Original wäre er hier. Seht ihr es? Dann die ganzen Zahlen. Das hier und das hier. Das nennt sich Temperaturskala. Und ganz unten der rote Knubbel. Das ist die Glaskugel mit einem Flüssigkeitsvorrat. So, das ist alles, was ihr zum Thermometer braucht. Natürlich gibt es noch den Kelvin und Herrn Celsius und Fahrenheit. Aber das ist für das Thermometer selber erst mal nicht wichtig. Weil egal, welche Fixpunkte gewählt werden und welche Maßeinheit man nutzt, sie funktionieren immer gleich. Okay? Das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr es www.lehrern-schmidt.de. Okay? Das war's.